Ziemlich genau 17 Uhr, naja, zwei Minuten zu spät, begrüßen wir jetzt wieder unsere Social-Media-Expertin Sarah, die Chefin von Siamtso sozusagen. Bei euch wirkt sich das auch aus, dass bei uns gerade der Teufel los ist in allen Service-Centern. Ja klar, auch bei uns kommen die Anfragen rein, also ganz viele Fragen natürlich zu den Produkten, aber auch ganz viele Kommentare, einfach Leute, die sich gegenseitig verlinken. Guck mal Schatz, da müssen wir unbedingt hin, lass uns das buchen, also auch bei uns steppt gerade der Bär. Ja und das ist gut so, wir danken Ihnen sehr herzlich dafür, liebe Zuschauer, dass Sie unsere Angebote so annehmen und stehen jederzeit dann auch gerne für Fragen zur Verfügung. Aber natürlich, ihr seid jetzt nicht die Reiseberater, wenn ich wissen will, kann ich die Oma mitnehmen und wie ist das? Dann bitte ans Service-Center wenden. Also wir versuchen natürlich da weiter zu helfen, wo es geht, fragen dann auch mal nach, aber manchmal ist es natürlich einfach besser direkt mit den Leuten zu sprechen, die Zugriff auf die Buchungssysteme haben. Das haben wir nämlich nicht, die können dann alles direkt einbuchen, die 14-köpfige Reisegruppe und die Reisezeiträume berücksichtigen und sowas. Für rudimentäre Infos sind wir natürlich auch da. Gut und für Lob und für Tadel am liebsten, aber natürlich für Lob. Für Lob natürlich, ja. Okay, dann würde ich sagen, starten wir hinein. Wir beginnen mit einer wunderbaren Reise, die uns nach Ägypten führt. Die klassische Kombination aus dem Hause Sonnenklar-TV gibt es seit Stunde eins, aber natürlich immer wieder in neuen Varianten. Das ist die Nil-Kombination und das bedeutet für Sie eine Woche wunderbares Dahin-Cruisen über den Nil auf einem unserer Premium-Schiffe. Außenkabine, Vollpension, ganz freundliche Menschen auf dem Schiff und natürlich auch die Möglichkeit, der großen ägyptischen Geschichte sehr nahe zu kommen. Durch die Ausflüge können Sie dazu buchen für 249 Euro vor Ort. Und im zweiten Teil geht es dann zum prallen Badevergnügen, nämlich ins Albatross Sea World. Und natürlich, wenn die Sarah bei uns im Studio ist, da fragen wir sie dann auch gleich mal, was gibt es denn zu sagen zu diesem Angebot? Was sagen die Menschen? Wie sind die Reaktionen? Also da gibt es relativ viel dazu zu sagen, weil ganz viele von unseren Stammurlaubern natürlich schon die Nil-Kreuzfahrt gemacht haben. Viele von denen nicht nur einmal oder zweimal, sondern mehrmals. Und eine von denen ist zum Beispiel Martina, die schreibt, es ist eine schöne Reise, ich werde sie sicherlich wiederholen. Die Notburger schreibt, es war wunderschön. Und dann haben wir noch die Carmen, die schreibt, waren vor circa fünf Jahren für 14 Tage in diesem Hotel. Also sie geht jetzt direkt auf das Albatross Sea World ein. Für mich die schönste Anlage, die ich je in Ägypten gesehen habe. Alles andere war auch super. Petra schreibt, wir sind gerade im Sea World, das ist ein paar Wochen her, als sie das geschrieben hat. Und das Hotel ist fantastisch, selten so was Schönes gesehen. Dann haben wir noch die Martina, die schreibt, war schon zweimal im Albatross, kann ich nur weiterempfehlen. Julia meint, Mega Hotel war auch schon dort und sicher nicht das letzte Mal. Susanne meint, sehr schönes Hotel, jederzeit wieder. Martina schreibt, das Hotel ist wirklich toll, war 2019, 2020 da, super Service und eine tolle Anlage. Und auch der Ulrich sagt, ich war schon dort unübertrefflich und so unübertrefflich lesen sich auch die Holiday-Check-Bewertungen. Da hat es nämlich eine 97-prozentige Weiterempfehlungsrate. Ja und letztlich wundert das niemanden. Wir wissen, das ist Pick Albatross. Wir wissen, die wissen, wie es funktioniert, die wissen, wie man Gäste begeistert. Und ich kenne Menschen, die waren 25 Mal in einem Hotel von Pick Albatross. Überleg dir das mal. Ja, ich war noch nie in meinem Leben so oft in einem Hotel, außer halt vielleicht mal ein Business-Hotel hier nebenan oder so. Ja, aber so zum Urlaub und dann muss ja irgendwas dahinter sein. Wenn man sich einmal wo zu Hause fühlt und die ganzen Kellner dann auch schon beim Namen kämpfen. Ganz viele grüßen die Kellner alle der Reihe nach in den Holiday-Check-Bewertungen und sagen hier der Achmed an der Bar und keine Ahnung was. Ja, die gehen da hin, weil sie sich wie zu Hause fühlen. Hast du Holiday-Check-Bewertungen dabei? Ich habe hier jetzt nur Facebook mitgebracht, weil wir da so viel Feedback bekommen. Und das Hotel ist ja noch gar nicht so alt. Genau. Ich bin seit ein bisschen über fünf Jahren hier und ich habe die Eröffnung noch mitbekommen. 2018. Genau. Aus dem Stand immer ein Riesenerfolg. Ich finde das eben auch so mega. 18 Pools. Ja, das muss man sich einfach mal überlegen. Da muss man eigentlich 18 Tage bleiben, damit man noch alle ausprobieren kann. Da muss ich einen Plan machen, wann nutze ich welchen Pool. Ja, und das zieht sich praktisch so von der Lobby bis runter zum Strand. Also wenn Sie da nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lieblingsplätzchen finden, dann verstehe ich es tatsächlich nicht mehr. Dann kommt natürlich auch noch die wunderbare Verpflegung dazu. Wir haben ja All-Inclusive hier mit im Paket. Und dann gehen wir natürlich auch noch hin und sagen, von unserer Seite kriegen Sie wieder ein schönes Upgrade auf das Doppelzimmer zur Poolseite. Oder wenn Sie noch mal 40 Euro in die Hand nehmen, dann buchen Sie gleich das Poolseitezimmer und kriegen von uns aber das Mehrblickzimmer. Genau, das finde ich ist sehr, sehr, sehr gut angelegtes Geld. Und dann kommt noch der Premium-Pass dazu, den wir Ihnen auch noch schenken, im Gegenwert von 100 Euro. Da kriegen Sie, wie unser Marc, natürlich den VIP-Check-In. Da wartet ein schöner Obstkorb schon auf Sie. Tägliche Auffüllung der Minibar mit Softgetränken, WLAN auf dem Zimmer, kostenlose Nutzung und zwar unbegrenzt in den à la carte Restaurants. Und Early-Check-In und Late-Check-Out, das packen wir auch noch mit dazu. Und dann schauen Sie sich das an. Ja, da möchte man sich doch gleich aufs Bett werfen, oder? Und ja, da möchte man doch gleich in den Pool springen. Aber da kommt ja gleich wieder unser Problem auf. In welchen Pool springe ich denn jetzt? Also das ist wirklich mega. Gucken Sie sich das einfach mal an, diese Weite, was das für Möglichkeiten bietet. Also ein so wunderbarer Abschluss. Man kann gar nicht glauben, dass das eine Anlage ist. Das sieht eigentlich mehr aus wie ein Wasserpark. Tatsächlich, ja. Also für jeden etwas geboten. Und das ist für mich genau der richtige Abschluss einer solchen Reise. In der ersten Woche dieses ruhige Dahingleiten, viele Informationen, man erfährt vieles. Und dann kommt man in dieses wunderbare Hotel, trifft sich nochmal mit den Mitreisenden von der Nilkreuzfahrt und genießt einfach mal das Leben. Weltenbummler wissen genau, jede Reise hat ein Ende. Aber die Erinnerung daran ist unvergänglich. Bei diesem Neujahrs-Special füllen Abenteurer ihre Schatzkiste an mentalen Souvenirs. An Bord eines Premium-Schiffes entlang der malerischen Uferkulisse auf dem Nil. Auf spannenden Landgängen bei den wichtigsten Kulturdenkmälern Ägyptens. Und während einer Badeauszeit in einem Land, in das sich Weltenbummler verlieben. Riesige Panoramafenster in ihrer Außenkabine eröffnen ihnen das Schauspiel zu der faszinierenden grünen Lunge. Vor ihren Augen entfalten sich am Ufer antike Monumente. Vielleicht ihr nächster Ausflug? Entscheiden Sie spontan. Pooltag oder Sightseeing. Werden Sie zum staunenden Zuhörer, wenn Ihnen unsere deutsch sprechenden Reiseleiter Legenden und Fakten leidenschaftlich nahebringen. Abends zurück an Bord werden Sie voller Stolz selbst zum Geschichtenerzähler. Entsprechend exklusiver Kreuzfahrtmanier ist der Kunde hier König. Aber auch Freund, den selbst ein Kapitän mit Schwanks und Anekdoten aus dem Leben unterhält. Kulinarisch entdecken Sie die Welt mit orientalischen und internationalen Köstlichkeiten Ihrer Vollpension. Das Sonnendeck ist Ihre Speiselocation mit vorbeiziehender Live-Show und gleichzeitig der perfekte Ort, um sich vor dem Rot der Abendsonne einfach fallen zu lassen. Nach einer traumhaften Woche auf dem Nil tauchen Globetrotter in Massa Alam in die luxuriöse Welt der renommierten Pick-Albatross-Kette ein. Das 5-Sterne-Albatross-Sea-World glänzt nicht nur mit edlem Ambiente, 93% Weiterempfehlung und perfektem Service, sondern auch mit einem Upgrade auf ein fast 50 Quadratmeter großes Doppelzimmer zur Poolseite. Egal ob Action oder Ruhe und Entspannung, hier findet wirklich jeder seinen persönlichen Pool-Favoriten. Und weil es einfach so viel Platz gibt, haben Sie den ein oder anderen Bade-Hotspot bestimmt auch mal ganz für sich allein. Dies wird eigentlich nur noch vom herrlichen Privatstrand getoppt. Der dazugehörige Steg bietet einen einmaligen Blick auf das weite Meer. Und während Sie die Aussicht genießen, wird in Ihrem Schlafgemach täglich die Minibar aufgefüllt. Denn Wassersport macht durstig. Und auch wenn Sie nicht der sportliche Typ sind, mindestens eine Schnorcheltour sollten Sie starten. Denn Massa Alams faszinierende Unterwasserwelt ist eine berühmte Oase für passionierte Taucher. Leidenschaftliche Gourmets hingegen kommen in puncto Kulinarik auf ihre Kosten. Ein Buffet und dank unseres Premium-Passes fünf verschiedene à la carte Restaurants buhlen um ihre Gunst. Köstliche Getränke erfrischen Sie bis Mitternacht. Und auch wenn diese Traumkombi aus Kreuzfahrt auf dem Nil und Fünf-Sterne-Badeurlaub in Massa Alam mal zu Ende geht, Weltenbummler wissen, die Erinnerung daran bleibt ewig. Das ist so schön. Sie werden es lieben, liebe Zuschauer. Und dann muss man mal überlegen, 749 Euro im günstigsten Fall für so eine Reise. Das ist der Wahnsinn. Und wissen Sie, was wir lieben? Dass Sie live dabei sind und dass Sie auch gleich reagieren. Du hast gleich tatsächlich noch mal ein paar zusätzliche Posts bekommen. Wir sind ja gerade auch live auf Facebook. Wir haben immer den Facebook-Livestream dienstags um 17 Uhr noch an. Und da hat die Doris kommentiert, waren gerade im November auf Kreuzfahrt und anschließend im Albatross-Zitadell, auch super, also im Schwesterhotel. Und dann hat die Silke noch kommentiert, hallo zusammen, hatten 2019 Nil-Kreuzfahrt. Allerdings das Tropitel sollte man im Leben einmal gemacht haben, unvergesslich. Und Silke, da haben wir uns gedacht, dann zeigen wir doch auch gleich einfach noch das Tropitel, oder? Da sind wir tatsächlich ganz spontan. Das machen wir tatsächlich jetzt gleich für Sie, liebe Zuschauer. Und ich finde das super, dass die Leute so reagieren und genau das eben bestätigen, was wir gerade gesagt haben. Egal, wo Sie hingehen, wo Pick Albatross draufsteht, können Sie sich auf große Qualität verlassen. Und wenn wir mit im Spiel sind, können Sie sich auch auf die kleinsten Preise verlassen. Also besser geht das gar nicht. Aber Achtung, hier tatsächlich nur noch einen Tag verfügbar. Wir sind am Ende der Neujahr-Specials, deshalb bitte unbedingt heute sich drum kümmern. Morgen könnte es zu spät sein, insbesondere weil morgen ein riesen Ansturm erwartet wird, der alles bisher Dagewesene wahrscheinlich in den Schatten stellt, weil wir sind momentan sowieso von Rekord zu Rekord unterwegs. Also 235 613, Ihre Bestellnummer. Jetzt hat es einen Moment gedauert, weil, was glauben Sie, was da hinter den Kulissen los ist, wenn wir jetzt schnell mal ein Angebot wechseln. Wir mussten jetzt kurz nach Ägypten fliegen, neue Bilder drehen im Tropitel, aber das haben wir alles schnell gemacht. Also wir haben noch einmal praktisch eine Nil-Kombination, aber in diesem Fall muss man wirklich sagen, das ist die Alles-Drinne-Kombination. Das ist für die Menschen, die sagen, ich will mich um nichts mehr kümmern, ich will das jetzt einmal buchen, einmal bezahlen und dann bitte schön, führt mir mal euer Ägypten vor. Und das machen wir. Und in dem Fall sind Sie dann mit einem der Sonnenkleid-TV-Deluxe-Schiffe unterwegs. Großes Kino, sage ich Ihnen, kriegen Sie auch ein Upgrade auf Ultra All-Inclusive auf dem Schiff. Also da haben Sie zusätzlich Welcome-Drink, frische Säfte zum Frühstück und, und, und. Also ganz viele zusätzliche Leistungen und haben im Anschluss dann das Tropitel-Sal-Hashish. Und jetzt überlegt ja manch einer, willst du genau das sagen, was ich gerade? Warte, bevor du es mir jetzt vorweg nimmst, Petra Blum hat kommentiert, jetzt fehlt nur noch der Inlandsflug, dann wäre es perfekt. Ja, Mensch, Petra, was können wir da denn machen? Was machen wir da? Was machen wir da? Packen wir den noch drauf? Komm, los. Komm. Was kostet die Welt? Ach, Petra, beide. Fliegen wir halt beide raus. Ja. Nein, tatsächlich. Packen wir einfach rein. Genau richtig reingegretscht. Genau richtig reingegretscht. Der Inlandsflug ist auch mit dabei. Bedeutet für Sie, leichter geht das gar nicht, ja? Sie fliegen nach Ägypten mit uns, wir transferieren Sie mit dem kurzen Inlandsflug nach Luxor, dann machen Sie die Nilkreuzfahrt, dann bringen wir Sie wieder zu dem Flieger, der bringt Sie zurück nach Hurghada und dann haben Sie noch die paar Minütchen, bis Sie dann in Sal Hashish sind, in dieser wirklichen Nobelgegend. Und ich habe ja am Anfang gesagt, das ist das Angebot, wo alles mit drin ist, was Spaß macht. Visum, ja, Visum macht Spaß, super. Aber Sie brauchen es halt, Sie müssen es bezahlen normalerweise. Ausflugspaket, Trinkgelder, alles das ist schon bezahlt. Das finde ich wahnsinnig. Und wenn man dann überlegt, Tropitel, eben auch ein Albatross-Hotel mittlerweile, und das ganze Paket ab 1499 Euro. Und da haben wir noch nicht über den seitlichen Meerblick gesprochen, den wir dazu packen. Da haben wir noch nicht über den Sonnenklar-TV-Premium-Pass gesprochen, den wir noch dazu packen, der dann eben auch die Ultra-All-Inclusive-Verpflegung nochmal erweitert, indem Sie auch dann das Essen im italienischen oder mexikanischen Restaurant mal einnehmen können. Da haben Sie den VIP-Check-In mit Begrüßungsgetränk. Da gibt es einen schönen Obstkorb bei der Ankunft. Ja, und all diese Dinge, die packen wir von Sonnenklar-TV einfach für Sie noch mit dazu. Und ich bin mir ganz sicher, auch du hast da jetzt schnell reagiert und noch ein paar Dinge rausgesucht. Ganz genau. Ja, Carmen hat geschrieben, super Hotel. Brigitte ist auch begeistert. Die schreibt, war im Mai dort geniales Hotel. Komme wieder im Juni. Vielleicht war sie bis jetzt ja schon das dritte Mal im letzten Jahr dort. Lars schreibt, sehr schönes Zimmer, gutes Essen, alles in allem ein tolles Hotel und garantiert keine Magenprobleme. Ist natürlich auch ein Thema in Ägypten, aber nicht beim Tropitel. Heiko schreibt, sehr schönes Hotel und Verpflegung, super. Elke meint, war letztes Jahr im Oktober, war ein wunderschöner Urlaub, würde jederzeit das Hotel wieder buchen. Und die Karin hat einen bisschen längeren Kommentar hinterlassen und schreibt, ich war über Silvester 2017 da. Eine sehr schöne und saubere Hotelanlage, sehr schönes Zimmer und das Essen war auch sehr gut. Das Silvester-Gala-Dinner war ein Traum. Es war für mich ein wunderschöner Urlaub, habe mich dort sehr wohl gefühlt. Und wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt oder zumindest eingeblind. Weite Empfehlungsrate spricht natürlich auch hier für sich 93 Prozent bei über 3000 Bewertungen. Ja, da kann man definitiv nichts verkehrt machen, außer man bucht es nicht. Oder man wartet zu lange, wenn Sie sagen, ach Mensch Schatz, lass uns mal am Wochenende drüber reden. Falsch! Nee. Völlig falsch. Sollte man nicht bis morgen entscheiden. Ja, tatsächlich. Also es tut mir ja inzwischen schon fast leid, dass ich bei fast jedem Angebot ein bisschen jammern muss und ein bisschen drängeln muss. Aber ich weiß ganz genau, der eine oder andere kommt dann übermorgen und sagt, so, ich würde jetzt gerne mal noch so ein Neujahrsspecial buchen. Und dann sagen wir, nö, gibt es nicht mehr. Vielleicht haben wir das Hotel noch, dann aber zu ganz anderen Konditionen. Deshalb bitte, bitte, bitte buchen Sie sich heute ein. Und wenn Sie noch nicht so ganz entscheidungsfähig sind, diese Bilder werden Sie zur richtigen Entscheidung führen. Bei diesem Neujahrsspecial frohlocken alle Jet-Setter-Herzen. Wir schicken Sie auf eine Luxusreise auf den majestätischen Nil. Im alten Ägypten galt die Lebensader Afrikas als das kostbarste Geschenk der Götter an die Menschen. Wenn Sie eine Woche an den malerischen Ufern vorbeigleiten, verstehen Sie auch warum. Erstklassig umsorgt auf einem Sonnenklar-TV-Deluxe-Schiff und eine Woche Badeurlaub in einem der exquisitesten Hotels am Roten Meer. Ihr Urlaub beginnt nur eine halbe Stunde von Urgada entfernt im Fünf-Sterne-Tropitel-Saal-Haschisch im gleichnamigen Ort. Bereits Ihre Ankunft gestaltet sich herrlich entspannt. Denn dank unseres Premium-Passes erhalten Sie hier einen bevorzugten Check-In. Ihr Deluxe-Zimmer empfängt Sie mit einem Upgrade auf den seitlichen Meerblick und einem Obstkorb. Noch relaxter sind Sie im Horas-Spa, wo Sie sich zum Beispiel eine wohltuende Massage gönnen könnten. Zwischen Ihrem Zimmer und dem Meer befindet sich die große Poo-Landschaft. Insgesamt verfügt die Anlage über vier erfrischende Schwimmbecken, die Ihre Faulenzer-Tage versüßen. Ultra-All-Inclusive verspricht reichhaltige Buffets und Getränke rund um die Uhr. Ein feines à la carte Dinner ist auch schon inklusive. Ein zusätzliches spendiert Ihnen Ihr Premium-Pass. Je nach Anreisetag verbringen Sie in dieser Entspannungsoase bis zu vier Nächte, bevor es per Inlandsflug nach Luxor geht. Vor Ort begrüßt Sie dann eines unserer Sonnenklar-TV-Deluxe-Schiffe. Den Nil immer im Blick können Sie es sich in Ihrer geräumigen Außenkabine bequem machen und sich vom exzellenten Service à la Sonnenklar-TV verwöhnen lassen. Dank Upgrade auf Sonnenklar-TV-Ultra-All-Inclusive erwartet Sie auch hier eine Fülle an tollen Extras wie einem Welcome-Drink, Bademantel und Slipper sowie die einmalige Auffüllung Ihrer Minibar. Allerbeste Voraussetzungen für einen gelungenen Aufenthalt an Bord. Außerdem dürfen Sie sich dreimal täglich auf Menü- und Buffet-Leckereien, Getränke rund um die Uhr, ein Candlelight-Dinner und einen Kochkurs freuen. Machen Sie es sich auf dem Sonnendeck gemütlich und lassen Sie diese einmalige Kulisse auf sich wirken. So relaxed sind Sie ganz weit weg vom Alltag. Ihre Reise führt Sie entlang berühmter Tempel und Gräber von Pharaonen bis nach Aswan und zurück. Die Hintergründe und Geschichten dazu erfahren Sie bei Ihren Ausflügen, die von geschulten deutsch sprechenden Reiseleitern begleitet werden. Auch dieses Paket ist in unserem Angebot schon inbegriffen. Mit vielen interessanten Eindrücken im Gepäck geht es dann mit dem Flieger zurück ins Fünf-Sterne-Tropitel-Saal-Hashish, wo Sie noch einmal ein paar entspannte Tage verbringen werden. Eine Nilkreuzfahrt mit kulinarischem Upgrade, bequeme Inlandsflüge und ein Luxus-Badehotel mit tollen Extras. Das ist ein Ägypten-Angebot, wie Jet Setter es lieben. Ja, das lieben wir alle, liebe Zuschauer. Aber Achtung, nur noch ein Tag verfügbar. Unsere Alles-Drin-Nil-Kombination, wo Sie sich wirklich um nichts mehr kümmern müssen, sondern einfach nur genießen können. 235 354 für die Möglichkeiten ab sofort bis in den Oktober hinein. Social Klar ist das Thema dieser halben Stunde. Sarah ist da und da passiert richtig was bei dir gerade, oder? Ja, die Silke hat sich nämlich bedankt, weil wir eben ihr, ich würde sagen, Lieblingshotel gezeigt haben. Und sie schreibt, einmal sonnenklar, immer sonnenklar, mit zwei Herzchen. Liebe Grüße aus der Domrep, Viva Vintem, natürlich über Sonnenkart.tv gebucht. Ich kann das ja eigentlich nicht. Guckt mal hier. Ja, jetzt ist keine Kamera da, ne? Ja, wir zeigen gerade Herzchen. Ja, jetzt haben wir so schöne Herzchen gezeigt. So, liebe geht raus. So, nächstes Angebot, liebe Zuschauer. Da reisen wir nach Griechenland. Sehr luxuriöser Urlaub wartet da auf Sie, nämlich im iResort Beach Hotel. Und das werden Sie tatsächlich lieben. Wir sind hier in einem Hotel unterwegs, wo Sie überall wunderbare Meerblicke genießen können. Wir sind in einem Hotel unterwegs, wo wir Ihnen den seitlichen Meerblick dazu komponieren. Schönes Fläschchen Wein und Wasser und Softgetränke. Das gibt es alles auf dem Zimmer und eine Nespresso-Maschine. Finde ich immer super. So, die Kleinigkeiten am Rande wartet auch auf Sie und die Kapseln dann natürlich auch. So, meine Liebe, erzähl, was hast du dazu? Ich habe HolidayCheck-Bewertungen mitgebracht. Da haben wir nämlich eine ganz tolle Weiterempfehlungsrate von 90 Prozent bei 804 Bewertungen. Und drei davon habe ich natürlich mitgebracht. Da hat der Oliver zum Beispiel geschrieben, der im Oktober 2022 vor Ort war, ausgezeichnet. Das Hotel hat sechs von sechs Sonnen vergeben und schreibt dazu genauer, Das Hotel hat freundliches und fähiges Personal. Das Hotel ist überall sauber und gepflegt. Das Essen ist stets frisch und lässt keinen Wunsch offen. Wir sind immer noch von dem tollen Urlaub, welches uns dieses Hotel ermöglicht hat, begeistert. Auch die Cocktails sind lobend zu erwähnen. Oliver klingt irgendwie, es wäre er Lehrer. Das ist jetzt meine kurze Analyse. Könnte sein, ja, tatsächlich, tatsächlich. So, Harm war auch im Oktober vor Ort, schreibt sehr schöner Urlaub, hat ebenfalls sechs von sechs Sonnen vergeben und meint sehr schönes Hotel mit sehr guter Strandlage, sehr schöner Urlaub, super Essen, sehr nettes Personal, Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe und auch Tavernen in der Nähe. Das finde ich ja immer super, wenn man auch aus dem Hotel rausgehen kann und sich mal was kaufen kann oder sich in die nächste Taverne setzen kann. So, auch der Rainer war im vergangenen Oktober vor Ort und schreibt immer wieder gerne, sauber, modern, sehr nettes Personal, Essen gut, Lage gut, schöne Pool-Landschaft, schöner Strandabschnitt und schnell in der City, immer wieder gerne. Und dafür gab es auch sechs von sechs Sonnen. Ja, so muss das sein. So mögen wir das. Und das werden Sie bestätigen, wenn Sie dann dort sind. Wir sind ja hier in Stahles und es ist wirklich einfach eine wunderschöne Anlage. Schauen Sie mal hier die ersten Bilder. Da kann man sich doch gleich vorstellen, dass man dort am Tisch sitzt und dieses Panorama dort genießt. Übrigens, ein neuer Küchenchef finde ich immer spannend. So neue Küchenchefs bringen ja auch noch mal zusätzlich neue Energie rein, haben noch mal neue Ideen. Und was hier alles schon so gelobt wurde, das wird dann wahrscheinlich noch besser. Denke ich auch. Toll, ja. Also besser kann es für Sie dann überhaupt nicht sein, liebe Zuschauer. Wir haben natürlich All-Inclusive-Verpflegung von vornherein hier mit hineingepackt. Wir reden über 777 Euro im günstigsten Fall. Zugegeben, ja, das ist ein bisschen mehr als so das durchschnittliche Griechenland-Angebot. Aber Sie werden auch gleich feststellen bei den Bildern, das lohnt sich wirklich. Schauen Sie mal hin. Kreta gehört schon lang zu den beliebtesten Inseln Griechenlands. Und das absolut zu Recht. Hier findet jeder die passende Art von Urlaub. Dieses Neujahrsangebot richtet sich an alle, die Luxus lieben, eine tolle Lage wertschätzen und sich rundum verwöhnen lassen wollen. Richtige Jet-Setter eben. Herzlich willkommen im iResort Beach Hotel und Spa. Ein mehrfach ausgezeichnetes Fünf-Sterne-Hotel direkt am Strand. Wohnen werden Sie in einem eleganten Doppelzimmer, welches wir mit dem seitlichen Blick aufs Meer aufwirrten. Nur ein Wimpernschlag trennt Sie von diesem herrlichen Privatstrand und Badevergnügen pur. Aber auch die beiden Pools funkeln um die Wette und scheinen nahtlos mit dem Blau des Meeres und des Himmels zu verschmelzen. Im Hauptrestaurant Joy ist der Name Programm. Denn Ihre All-Inclusive-Verpflegung bringt mit internationalen und lokalen Speisen Freude auf Ihren Teller. Mit Snacks stillen Sie Ihre kleinen Gelüste zwischendurch. Einmal pro Aufenthalt servieren wir Ihnen ein Dinner à la carte. Unter freiem Himmel genießen Sie nicht nur die Aussicht, sondern feinste Aromen aus der kretischen Küche. Wie die Sonne langsam im Meer versinkt, beobachten Sie an einer von zwei Bars. Am besten bei einem Cocktail. Kostenfrei ausgeschenkt wird bis Mitternacht. Ein Urlaub für echte Jet-Setter im Fünf-Sterne-I-Resort, Beach-Hotel und Spa auf Kreta. Und das Ganze gerade mal 30 Kilometer von Heraklion entfernt. Da können Sie einfach mit dem örtlichen Bus mal hinfahren. Müssen Sie auch tun, unbedingt. Also tolles, tolles Angebot. Exzellente Weiterempfehlungsrate 90 Prozent. Aber Achtung, Neujahrs-Special. Morgen ist Schluss damit. Deshalb am besten sich heute drum kümmern. 235, 329 für die Möglichkeiten von April bis Oktober 23. Ich freue mich sehr, dass wir noch einmal über Thailand philosophieren dürfen, liebe Zuschauer. Eines der ganz, ganz großen Erfolgsangebote in diesen Tagen und eines meiner ganz persönlichen Lieblingshotels. Und da kann ich wirklich sagen, weltweit. Ich liebe Thailand sowieso. Also die haben bei mir immer schon einen Bonus. Aber wenn Sie dann JW Marriott Qualität kriegen, dann wissen Sie schon mal, ja, das wird schon was Ordentliches sein. Und wenn Sie dann das JW Marriott Cowluck Resort genießen können, dann wissen Sie, das wird der Knaller. Wissen Sie, was wir machen? Wir geben Ihnen das Doppelzimmer Deluxe Pool Access mit dazu. Das heißt, schwupps, von der eigenen Terrasse rein in den Pool. Dazu sagen wir auch gleich noch was zu diesem Pool. Das ist nicht einfach nur ein Pool. Das sind Fakten mitgebracht. 60 Quadratmeter groß. Nicht der Pool, sondern das Zimmer. Und eine 45-Minütige Wellnessanwendung gibt es auch noch mit dazu. 1.400 Euro an Gegenwert für diese zusätzlichen Leistungen. Das Ganze auch noch mit Halbpension. Und jetzt du. Jetzt darfst du schwärmen. Jetzt mal gucken, ob deine Eindrücke und die der Zuschauer mit meinen übereinstimmen. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, mal schauen, ob du das bestätigen kannst, was hier die Bewertungen auf Holiday Check sagen. Die übrigens durchschnittlich 97 Prozent ergeben. Und vier von diesen über 600 Bewertungen, fast 700. Schauen wir uns jetzt an. Die Aneta war vergangenen September dort und schreibt, wunderschönes Hotel an einem relativ unberührten Strand. 6 von 6 Sonnen. Tolles Hotel. Außergewöhnlich schön angelegt und super Service. Schöne Zimmer. Das Frühstücksbuffet war das Beste, was ich bisher erlebt habe. Das kann ich auch bestätigen. Smoothies und Co. Du weißt gar nicht, was du zuerst nehmen sollst. Das ist der Wahnsinn. Ich habe mich jeden Tag gefreut. Normalerweise geht man zum Frühstücken und sagt, so wir gehen ins Frühstücken. Das ist jeden Morgen ein Fest. Auch diese Zimmer sind ein Fest. Das ist wirklich, also ohne Worte. Sie sehen mich selten sprachlos, aber ich liebe dieses Haus. Ich liebe diese Möglichkeiten. Und morgens, ich habe wirklich jedes Bild noch vor Augen. Das ist schon ein paar Jahre her bei mir. Mit den bunten Smoothies, mit den vielen leckeren, exotischen Früchten. Da steht, liegt halt mal dann die Drachenfrucht, die hier auf dem Viktualienmarkt so 200 Grammweise verkauft wird. Für, ich weiß nicht, 7 Euro oder was. Die liegt einfach auf dem Buffet. Wahnsinn. Aber du bist dran. Schauen wir mal, was der Siegfried sagt. Der war nicht so sprachlos wie du. Tolles Hotel, toller Pool. Der war im Mai dort. Tolles Hotel ist etwa 1,5 Stunden vom Flughafen Phuket entfernt. Tolle Anlage mit einem Pool, der sich wie ein kleiner Fluss durch die Anlage zieht. Zurzeit 1,9 Kilometer lang. Nach Anschluss der Erweiterung der Anlage, ist gerade im Gange, etwa 2,9 Kilometer. Wir wollten Ruhe und die haben wir in diesem Hotel bekommen. Ich glaube, Ulf, du hast dir schon bei 1,9 Kilometer schwer getan. Bei 2,9 wird es dann richtig schwierig. Ich habe mich, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, ob das im Duden steht, verschwommen. Weil normalerweise, was erwarten Sie? Sie springen in den Pool, dann schwimmen Sie ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Da ist vielleicht nochmal eine größere Öffnung. Ende. So, das öffnet sich dann richtig in so einen richtig großen Pool. Und dann gibt es auf der anderen Seite nochmal weitere kleine Pfade, wo man durchschwimmen kann. Ich habe mich echt verschwommen. Ich bin rausgegangen aus dem Pool, habe erstmal geguckt, wo ich jetzt überhaupt bin. Ja, so riesig ist der. Und wenn du willst, springst du mitten in der Nacht in den Pool und machst nochmal ein paar Runden. Wahnsinnig, unfassbar. Aber so kommt man gelenkschonend durch die Anlage, ne? Ja, vielen Dank. Vielen Dank darauf, dass du festgestellt hast, dass ich jetzt auch schon über 30 bin. Das ist in jedem Alter wichtig. Ja, 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 ja. Müssen wir nicht ausdiskutieren. Die waren jetzt im Dezember erst vor Ort und die schreiben ein großartiges Hotel. Wunderschöne große Anlage mit dem größten Pool, den man sich vorstellen kann. Wunderschöne große Zimmer, sauber, freundliches Personal, tolles Frühstück. Immer Liegestuhl am Meer zu haben. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Und weil alle guten Dinge vier sind, kommt hier die vierte Bewertung noch. Immer wieder, schreibt der Wolfgang, absolut top. Traum auf der Strand, hervorragender Service und tolle Zimmer. Das Frühstück ist unglaublich. Insgesamt ein Urlaub, den man unbedingt wiederholen soll. Definitiv, ja. Also definitiv. Und dann ist es ja so, dass ich hier sogar auch noch die Halbpensionen dabei habe. Und ich habe es Ihnen gesagt, das Paket mit Halbpensionen, mit diesem Pool-Access-Lagoon-Zimmer hat einen Gegenwert alleine von 1400 Euro pro Zimmer. Die wir hier natürlich nicht eingerechnet haben. Wie sollte es gehen, ja? Das ist der Preis pro Person. Und bei den heutigen Flugpreisen ist das eine Sensation. Ich habe gerade vor ein paar Tagen geguckt und da lagen wir bei 2900 Euro. Nur für den Flug. Nichts weiter. Dann stehen Sie am Flughafen und sagen, tach, ich wäre da und kein interessiert. Wir hatten vorhin einen Preisvergleich, da waren wir bei 2,3. Auch nicht günstig. Nicht nachzuvollziehen. Aber kann Ihnen egal sein. Hauptsache es funktioniert. Und das garantiere ich Ihnen. Es funktioniert. Hast du noch mehr? Ich wäre dann soweit. Dann hätten wir Bilder. Sie wollen entspannen und gleichzeitig puren Luxus genießen? Am besten an einem Traumstrand vor exotischer Kulisse? Dann kommen Sie mit uns in den Süden des zauberhaften Thailands. Von Deutschland aus fliegen wir Sie nach Phuket. Von dort geht's weiter nach Kaolak ins Fünf-Sterne-Luxushotel JW Marriott. Das rund 100% der Gäste und unsere Steffi weiterempfehlen. Hier machen Sie Urlaub in einer Anlage der Superlative. Und was das genau heißt, zeige ich Ihnen jetzt. Der Tag im Paradies beginnt mit einem frischen Frühstück. Mit unserem Upgrade auf Heilpension genießen Sie mittags außerdem ein Menü. Alle weiteren kulinarischen Wünsche werden Ihnen in insgesamt fünf Restaurants erfüllt. Als ob das nicht genug wäre, spendieren wir Ihnen noch ein weiteres Upgrade. Sie beziehen ein Doppelzimmer-Deluxe mit Zugang zum einzigartigen Pool, der sich durch die gesamte Anlage schlängelt. Er gilt als der längste Pool Südostasiens. Auch der Kwan-Spa wurde als einer der Top Ten in Asien ausgezeichnet. Entfliehen Sie hier vollends dem Alltag und entspannen Sie bei einer 45-minütigen Massage unser Wellnessgeschenk an Sie. Das Tüpfelchen auf dem I ist dann der direkt angrenzende, 14 Kilometer lange Kuk-Karg-Strand. Entspannen und puren Luxus genießen im JW Marriott Kaulak Resort & Spa. Haben wir da Ihnen Lust machen können? Ich hoffe doch, liebe Zuschauer. Wunderbares Angebot. Zwölf Nächte sind Sie vor Ort. Also nicht, wie Sie vielleicht denken, nur eine Woche. Zwölf Nächte mit dem Upgrade auf die Heilpension, mit dem Upgrade auf das Deluxe Lagun Pool Exzesszimmer mit den 45-Minuten-Massage, die ich übrigens auch genossen habe, die mega waren. Eine der besten Massagen meines Lebens. Wirklich absolute Weiterempfehlung. Wenn ich könnte, würde ich 120 Prozent vergeben. 236 103 Ihre Bestellnummer. Im Grunde ab sofort, ab Februar bis in den Oktober hinein haben wir hier Möglichkeiten. 236 103. Ja, zwei Minuten zu spät angefangen, sieben Minuten zu spät aufgehört. So funktioniert das. Acht, sagt die Regie. Nenne meine Zeit schon. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, du hast weitere Reaktionen noch bekommen. Bevor ich dich jetzt verlasse, noch zwei Kommentare von der Doris, die die ganze Zeit hier bei der Sendung mit dabei war. Die hat geschrieben, im März geht es nach Fuerteventura, habe ich heute bei euch gebucht. Für den Herbst bin ich noch unentschlossen. Vielleicht findet sich da ja in den nächsten Angeboten, die du dabei hast, noch was. Für die Doris. Ich bin jetzt noch ein Momentchen da, da finden wir noch was. Ansonsten kommt nachher der Jan und dann finden wir ganz bestimmt auch noch was. Dir erstmal ein ganz herzliches Dankeschön. Sehr gerne. Nächste Woche ist sie wieder da, 17 Uhr, an dieser Stelle SocialKlarTV. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ciao. Und Sie bleiben bitte dran. Vielen herzlichen Dank.